da ist fest mal jetzt da unten ist es ja hier sind fest mal buch veranstalten fest mal um große taten zu würdigen und sich mit anderen buchsen der kunst des kopf trinkens zu messen arden kennen wir ja schon dieses mal stirbt er das sage ich dieses mal stirbt er wenn wir heraus wer den meisten grad denken kann jep unter unseren feinden gibt es keinen anführer mit der kraft eines schwarzen hauptmanns und wir haben kommt und stirbt ein lied jungs vom tod eines waldläufers dass er sich nicht daran erinnert dass er mich letztes mal umgedrückt hat das k oma schild leute dann den den ich nicht blocken kann da kann wirst du nicht bett erst gerade du bist mir die kamen in meiner klinge nicht wert ich bin zu blöd dass wir den kopfbericht mal angucken was ist mit ihm passiert das macht verloren er ist einfach nur abgehauen und er bettelt sich gerade vergeltungsziel ich mache den kampf hier mal fertig gell auch wenn er auch mal geflohen ist wir kämpfen die noch weiter wenn er auch mal fliegt ich habe das so blöd man kann die meistens nicht töten ist nicht so mal alle ja gut man könnte die auch nicht das ist gut war jeder tot quasi extra animiert also ich rede jetzt mit 3 äh hier rein nicht teuer ruckel 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 habe ich mir aber in camp fast gedacht nicht mehr nicht mehr auch 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 nicht mehr auch aber 3 jawohl mit dem kampf mit dem kampf oder seinen vorzunehmen die eine Seite was sie erste Kartenhüter und er ist ein Speerkämpfer ich hasse so was BATCH und Kopf ab so haben wir sie jetzt endlich alle durch nö da ist er zeig mir wir sind frei so haben wir sie jetzt alle wo wollte ich denn jetzt hin da oben ist eine Herausforderung mit dem Bogen wollte er die Herausforderung mal machen ruckel 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 damit wir die auch mal gesehen haben zumindest ja Auftrag annehmen ah Elbred Giltoniel als ihn seine Feinde überfielen sang er die Hymne des Elbenvolkes es war der letzte Fehler den sie hier begehen konnten vor allem die Legende des Bogen als K plus 200m annehmen Tötte alle Schützen Tötte alle Schützen 8 80 Kopftreffer soll ich die spezifischen Töten 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 so eins noch Jeganie ich weiß aber 10 vor 10 gemacht Acadia er hat gerade nicht durch den Kopfschuss getötet estab um auftrag abgeschlossen 400 xp 200 m und zusätzliche ziel auch noch mal 50 m ist einfach gut einführung waffenverbesserung zwei verfügbar konnte ich jetzt leider nicht mehr wo ist das duell das ist komischer fliege wir haben hier das duell ist verfügbar ich kann auch das hier machen wir sind relativ nah an der erinnerung mach ich das oder kümmer ich mich erst um red pack oder mache ich erst mal ein bisschen mich selbst ach komm wir machen das eine duell da jetzt noch dann machen wir neben die herausforderung dann mache ich glaube ich noch aufnahmen pause weil ich muss auch noch ändern und haben jetzt schon 10 Uhr dort ein gemeint darunter da ja die die special effekte müssen so richtig und jetzt hier hoch ich wette es spielt mit dem karagor eine rolle Duell unter Grupp liegt der Wuchtige und Hoshu der ausgekochte auch cool annehmen du bist nichts wert du machst mir nichts als ärger ich hab dich da wo ich dich haben will diese stimme schade kein karagor mehr drin du kommst genau zur rechten zeit ich freue mich dich zu sehen so so bin ich jetzt schon rot au auch achten wir kann man nicht blocken deswegen oder es gibt es denn nicht ich bin zurzeit so ineffizient ich habe das gefühl es gibt hier bei jedem eine zweite Chance glaub ich nein jetzt haben die da hinten das Duell gemacht während ich nicht mitgemacht habe aber die Rune fällt trotzdem das wird nichts Tarn du cool nehmt euch vor seinem Schwert eracht nehmt Tarn nehmt 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 au sobald ich direkt rot bin der Schammer trifft nehmt 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 auch nicht so ein paar Informationen von dem vollständigen die mehr alle dein wissen und zwar mal gehen und da haben wir einfach mal zwei bogenschützen runen bekommen was hätte ich das als eines in deutsch wohnen grusender sturm ich kümmere mich gleich um die runen ich muss gerade noch alle aufsammeln dann gehen wir mal runen verteilen waffen und ruhen wieder ich glaube den wurm zahn mache ich mal weg oder ich weiß nicht chance von 15 prozent bei einer tötung mit terrorisieren fünf elben schluss zu halten brauche ich absolut nicht ohne in m umwandeln das mit dem fokus brauche ich eigentlich auch nicht dass da könnte ich mal machen weil ich bei terrorisieren eh noch nicht gemacht also fokus brauche ich nicht so viel steht fest ich bin mal ein bisschen effizienter hier also fokus brauche ich nicht gesundheit lasse ich mal drin also nicht ich habe ja noch noch ein bisschen was nämlich hatte was 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 wollte ich hier chance von 34 natürlichen kopftreffer 10 gesundheit zu regenerieren bei schlechtötungen mit dem bogen werden 29 prozent fokus wiederhergestellt braucht kein fokus was ich brauche was man hier er wird den durch waffen er wird den durch waffen verursachten schaden um 7 prozent beim reiten einer bestie annehmen zwar hier fokus an dem haben wir hier fokus dann haben wir jetzt wahrscheinlich ganz ganz viele ms ja das wir machen ich mache mal die schwertruhen weil ich habe immer noch die hoffnung dass irgendwann mal ganz viele schwertruhen kommen die mittlere ruhe wurde freigeschalten wir haben einfach bis jetzt nur eine schwertruhe gefunden läuft auf jeden fall gut ich wollte da eigentlich noch die herausforderung machen aber es ist eigentlich zeit die drei folgen sind fertig oder ich mache noch eine vierte folge aber dann dauert so lange im rendern also lassen wir es bei drei folgen weil ich muss ja noch heute abend hochladen und ich habe nur zwei videos besetzt die ich gucke während ich render und ja also bis bis zum nächsten mal machen die aufgabe dann beim nächsten mal dank fürs zuschauen und tschüss kowski tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020